Herzlich willkommen hier bei G-Activity. Und zwar heute am 24. Dezember. Wir haben mehrere Sachen, wofür wir uns bei euch bedanken möchten, unter anderem. Unter anderem haben wir hier die 3300 Likes erreicht. Vielen Dank nochmal an euch alle da draußen. Zum anderen haben wir hier noch unseren G-Activity Adventskalender. Ganz einfach g-activity.de, auf Adventskalender klicken, Adventskalender, dann hier auf die 24 suchen, die wäre hier. Und dann hier die 24 öffnen, dann öffnet sich diese Seite hier und dann könnt ihr auch schon teilnehmen, das geht ganz einfach. Ihr wählt eine dieser Optionen, zum Beispiel abonnieren wir mal hier den G-Activity Kanal, das geht ganz einfach. Einfach auf den Link klicken, auf Abonnieren klicken. Normalerweise kommt hier so ein Pop-up und dann auf Abonnieren, aber ich habe hier G-Activity schon abonniert. Und danach könnt ihr hier auf Kaninio klicken und dann habt ihr noch ein neues Losbekommen. Und ja, die Racer Naga ist übrigens 130€ wert und wird gesponsert von Racer. Ja, wir, die Redaktion G-Activity wünschen euch und eure Familien besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch wünschen ins neue Jahr. G-Activity 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 G-Activity